Hallo, ich bin der Baron und heute spielen wir Original War. Das Spiel ist eine Mischung aus Strategie und RPG. So ein bisschen in die Richtung von Spellforce geht's. Man hat einen Charakter und der begleitet einen durch den kompletten Feldzug. Lasst euch von der Grafik nicht abschrecken und auch von der ersten Cutscene am besten nicht. Wir fangen einfach mal an. Wir können hier aussuchen, die amerikanische oder die russische Kampagne zu spielen. Wir werden die russische spielen, die gefällt mir nämlich besser. Da ist man nämlich ein Mechaniker anstatt ein Soldat wie in der amerikanischen Kampagne. Ich finde das ein bisschen atmosphärischer komplett. Das Spiel hat drei Schwierigkeitsstufen. Es ist allerdings sehr schwierig, auch auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe schon. Wir werden es auf Kommandeur probieren und dann gucken wir einfach mal, wie das funktioniert. Und dann fangen wir einfach mal an und starten die erste Cutscene. Wie schon gesagt, lasst euch nicht abschrecken von den pixeligen Cutscenes und sowas. Vielleicht lasst euch einfach mal drauf ein und dann die Story wird euch schon mitreißen. Da bin ich mir sicher. Ja, russische Hacker, wieder am Werk, ja. Die Rote Armee, Garant des Friedens, Wächter des Fortschritts, geballte Faust der Arbeiterklasse. Das Herz der Partei, der Wille der Partei, das Gewissen ist Partei. Instruktionen für Sondereinsatz der Roten Armee. Einstufung streng geheim. Soldat, Sie wurden für einen ganz besonderen Einsatz ausgewählt. Sie werden Ihrem Vaterland in noch nie dagewesener Weise dienen. Professor Scholze gibt Ihnen weitere Erklärungen. Glorreichen Wissenschaftlern der Kommunistischen Partei der Sowjetunion ist ein historischer Durchbruch gelungen. In der Einöde Ostsibiriens haben sie die Überreste eines Apparats entdeckt, der von einer anderen Zivilisation entwickelt wurde. Außerdem fanden sie Spuren von Alaskit. Bisher ist der Katalysator für die kalte Fusion noch nie außerhalb von Alaska entdeckt worden. Ein Umstand, der das Fundament für den US-Imperialismus bildet. In Anbetracht der entscheidenden Bedeutung dieser Entdeckung hat das Politbüro des Zentralkomitees Spezialisten der Armee mit weiteren Forschungen beauftragt. Unsere Untersuchungen haben Unglaubliches enthüllt. Der Apparat, der mindestens zwei Millionen Jahre lang in der Erde begraben lag, wurde von Amerikanern hergestellt. Wie war es möglich, dass diese kapitalistischen Teufel schon vor so langer Zeit solche Fortschritte erzielt hatten? Diese Frage mussten wir uns stellen. Und jetzt haben wir die Antwort. Es ist die Maschine, die wir Tawar nennen. Oder Scholze-Kapski-Livschitz-Tau-Krümmer. Dieses Gerät wurde ganz in der Nähe entdeckt. Seine Funktion beruht auf der Benutzung von Alaskit als Treibstoff. Durch Experimente konnten wir herausfinden, dass jeder hineingelegte Gegenstand um zwei Millionen Jahre in der Zeit zurückversetzt wird. Soldat, die Schlussfolgerung ist eindeutig. Das Alaskit war früher nicht in den Händen der imperialistischen Kriegstreiber, sondern in unseren eigenen. Sie haben Zeitreisen eingesetzt, um uns die Quelle aller Macht zu stehlen. Wie schon unser großer Lehrer Trotzki sagte, Alaskit ist die einzige Krücke der kranken imperialistischen Weltordnung. Jetzt können wir diese Krücke fortreißen und mit Ansehen wie Amerika auf die Knie fällt. Ihre heldenhaften Taten werden eine neue Weltordnung schaffen, in der wir die alleinige Vorherrschaft besitzen. Empfänger wird gesucht. Bitte warten. Mechaniker Yuri Ivanovich Gorky, geboren am 4. Juli 1980. Bruder Vsevolod Ivanovich Gorky, keine anderen lebenden Verwandten. Vater Posthum in Vietnam mit dem Lenin-Orden ausgezeichnet. Absolvent der Staatlichen Technischen Universität Leningrad. Kandidat der KPDSU 1998. Letzte politische Überprüfung 2001. Bestätigen Sie Ihre Identität. Identität bestätigt. Nachricht wird übertragen. Genosse, in Anerkennung Ihrer hervorragenden Leistungen werden Sie der Armeegruppe Fernost zugeteilt. Einheit für Sondereinsätze. Sie werden das Tawar benutzen, um in die Vergangenheit zu reisen. Ihre Aufgabe besteht darin, die räuberischen kapitalistischen Hunde zu verjagen und die Alaskid-Vorkommen an dem Ort zu bewahren, der einmal Sibirien sein wird. Wir setzen großes Vertrauen in Sie, Soldat. Kämpfen Sie bis zum Tode für den Sieg des Kommunismus und den Ruhm Russlands. Mach ich. Also sehr atmosphärisch schon. Kompanie, still gestanden! Bilden Sie Gruppen von vier Soldaten, zwei Technikern und einem Sanitäter. Kompanie, formiert euch! Also das Spiel spielt im Jahr 2001. Es herrscht noch die Rivalität. Machen Sie sofort nach Ihrer Ankunft den Platz für Ihre Genossen frei. Nehmen Sie Verbindung mit Marschall Yashin auf, Rufzeichen Adler, und erwarten Sie weitere Befehle. Kompanie! Vorwärts! Marsch! Und da sind wir, glaube ich, in der Gruppe. Der Blonde. Äh, der Nächste. Ja, da waren wir schon. Und was ist hier jetzt so anders? Die gleiche Einöde wie immer. Wo sind die anderen? Ich sollte hier nicht alleine sein. Hallo? Hier ist Rotkirchen 5. Rotkirchen 5 an Adler. Können Sie mich hören? Das ist nicht gut. Entweder ist das Funkgerät kaputt, oder es ist niemand zu Hause. Ich schaue mich besser mal um. Vielleicht sind ein paar amerikanische Bastarde in der Nähe. Genau. Ähm. So, vorrangiges Ziel, stellen Sie Kontakt zu Ihren Leuten her. Das bin ich. Das ist Juri Gorki. Äh, Juri Ivanovic Burlak Gorki. Die Mechaniker der Stufe 3. Volle Lebenspunkte. Ich bin ein Soldat der Stufe 1. Und ein Ingenieur der Stufe 1. Äh, die kann man wechseln, die Berufe, indem man später auch die, die, äh, Gebäude baut. Man kann nicht ranzoomen. Also die Grafik ist, äh, genau so wie sie hier jetzt ist und bleibt auch so. Man kann allerdings zum Glück die Zeit vorspulen. Also das Spiel schneller machen. Das machen wir auch direkt mal. Ich suche ja nach meinen Leuten. Mal sehen, ob ich die hier hinten versuche. Ich finde. Engels lehrte uns, dass Arbeit eine große Rolle bei der Menschwerdung des Affens spielte. Diesen Jungs steht wohl noch viel Arbeit bevor. Da haben wir auch schon Menschenaffen getroffen. Später im Spiel kann man die zähmen quasi. Und, äh, zu seinen Verbündeten machen. Zumindest in der amerikanischen Kampagne. In der russischen bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, man bleibt nicht auf Stufe 1, 1 und 3, sondern während man die Tätigkeit ausübt, zum Beispiel wenn ich jetzt hier den Pokel abschieße, dann sieht man hier, dass ich Erfahrungspunkte kriege und aufsteigen kann. Also, und so ist das mit jeder Einheit. Nicht nur mit dem, mit dem Hauptcharakter, sondern auch mit, äh, jeder einzelnen Einheit. Jeder Einheit hat seine eigenen Charakterzüge und... Der Tod ist kein schöner Anblick. Oh, ja. Schlimmer als in einer Moskauer Schlachterei. Wenn ich hier sterben sollte, hoffe ich, dass es schnell geht. Ja. Ich hoffe, du stirbst nicht, Juri. Guten Tag, Genosse. Oh, da ist auch einer. Wir heißen Sie. Corporal Gnievko, 21. Zug, Rufzeichen Sperling 3. Ich bin hier vor ein paar Tagen eingetroffen. Die Affen haben mich angegriffen und mir mein Funkgerät abgenommen. Sie sind der erste Mensch, dem ich begegne. Mein Name ist Juri Ivanovich Gorki. Aber ich werde Burlak genannt. Mein Funkgerät geht auch nicht. Ich schlage vor, dass wir zusammenbladen. Dann haben wir eine bessere Überlebenschance. In Ordnung, Burlak. Gehen Sie voran. Da haben wir auch schon unsere erste Einheit erworben. Und wie man sieht, ist sie ein bisschen angeschlagen. Aber wenigstens ein Soldat. Das ist schon mal sehr gut. Und hier sieht man auch die verschiedenen Stats. Zum Beispiel Schaden gegen weiche Ziele. gegen Fahrzeuge und gegen Gebäude. Er als Soldat hat jetzt gegen weiche Ziele natürlich viel mehr Schaden als ich als Mechaniker. Dafür kann ich aber besser mit Fahrzeugen umgehen später. Das Spiel bringt uns jetzt allerdings nichts. Wir müssen uns ein bisschen auf der Hut halten hier. dass wir nicht in die Arme von den Amerikanern laufen. Und ich finde hier noch... Wer sind Sie? Korporal Gnievko, 21. Zug. Rufzeichen Sperling 3. Mechaniker Yuri Ivanovich Gorki. Rufzeichen Rotkehlchen 5. Vergessen Sie Ihr Rufzeichen, mein Freund. Vergessen Sie alles, was die Rote Armee Ihnen beigebracht hat. Das ist kein Ort für Vorschriften. Ich bin Leutnant Michael Vasiljevic Pokrischkin. Was zum Teufel war das? Psst. Warten Sie. Lieutenant Charles Brown an Alpha. Alpha, können Sie mich hören? Jetzt lernen Sie etwas, Rotkehlchen. Wir hören Sie laut und deutlich, Brown. Begeben Sie sich nach Osten, bis Sie zu einer Gruppe von drei Bäumen auf einem Hügel kommen. Wir schicken Ihnen einen Suchtrupp entgegen. Was geht hier vor sich? Kommen Sie mit uns, dann finden Sie es heraus. Unser neues vorrangiges Ziel ist, folgen Sie Lieutenant Bokrischkin, der jetzt ein paar Amis in die Falle gehen lässt, so wie es aussieht mit seinem hervorragend nachgeahmten amerikanischen Akzent. Man kann sich auch hinlegen. Hallo Leute! Schnappt euch den Yankee-Bastard! Und das war's. Nennen Sie das hier Krieg? Wir schalten Sie aus, bevor Sie wissen, wer wir sind. Wir dürfen es Ihnen nicht erlauben, Verbindung aufzunehmen. Leichte Beute, Genosse. Und eine Menge Spaß. Haben Sie gesehen, er hat sich wirklich in die Hosen gemacht? Feiger Bastard. Ich finde das nicht lustig, Belkov. Aber wenn Sie stehlen wollen, was uns gehört, können Sie nichts anderes erwarten. Das ist kein Krieg. Das ist nichts weiter als Mord. Es ist nicht angenehm, aber ich sehe ein, dass es notwendig ist. Wir können es uns nicht erlauben, hier zu verlieren. Wenn diese Leute Angst haben zu sterben, sollten sie gar nicht erst hierher kommen. Richtig so. So, dann können wir jetzt zum Stützpunkt SM-Kirov zurückkehren. Ist er denn schon fertiggestellt? Es war genug Zeit. Das Tava bringt uns nicht in der Reihenfolge hier an, in der wir abgereist sind. Man kann bis zu drei Jahre vorher oder nachher eintreffen. Das lässt sich nicht voraussagen. Und der Ankunftsort variiert. Ich war zwei Tage unterwegs, bevor ich einen anderen Menschen getroffen habe. Wie lange sind die anderen Genossen denn schon hier? Als erster kam General Morozov an. Das war am 7. November letzten Jahres. Heute ist der 13. März im zweiten Jahr neuer Zeitrechnung, oder 2NZ. Morozov gründete den Stützpunkt W.I. Lenin und dann... Michael, nördlich von Ihnen sind Yankees. Nehmen Sie sich Ihre Leute, finden Sie die Amerikaner und töten Sie sie. In Ordnung, Kirov. Wir sind schon unterwegs. Endlich passiert etwas. Hoffentlich wird das nicht zu einfach. Das ist es. Waffenbereit machen und vorwärts. Ich werde von Rücken einschütteln. Was? Genosse Pokrychkin. Alle Mann zurück. Wir haben keine Chance hier. Okay, Tim. Sie fliegen. Was zum Teufel machen wir jetzt? Ein Frontalangriff kommt offenbar nicht in Frage. Wir können nicht gewinnen. Genosse Pokrychkin war ein hervorragender Soldat. Pokrychkin war der befehlshabende Offizier. Ohne ihn müssen wir zum Stützpunkt Kirov zurückkehren, um neue Befehle zu erhalten. Warum das? Wir haben unsere Befehle genossen, den Stützpunkt zu zerstören. Wir haben es versucht und sind gescheitert. Dann brauchen wir eine bessere Methode, um anzugreifen. Er könnte recht haben. Wir sollten uns etwas einfallen lassen. Vielleicht haben wir hinter den Bäumen genug Deckung. Sind Sie beide verrückt? Wir brauchen Verstärkung. Sie wollten doch kämpfen. Und jetzt haben wir es lediglich mit einer Frau und einem Stapel Sandsäcke zu tun. Ist das schon zu viel für Sie? Burlak hat recht. Wir können es schaffen. Treten wir den Yankees in den Hintern. Neue Ziele. Also wenn einer stirbt von uns, dann ist der Charakter für immer tot. Das heißt, wir müssen hier recht vorsichtig sein. Vorrangige Ziele zerstören Sie alle amerikanischen Gebäude. Nebenrangige Ziele lassen Sie niemanden entkommen. Versuchen Sie, Ihre eigenen Verluste zu vermeiden. Wir werden jetzt versuchen, den Verletzten ein bisschen hinten zu halten. und dann durch die Bäume heraus anzugreifen. Um niemanden zu entkommen zu lassen. Und vielleicht auch niemanden von uns sterben zu lassen. Kommen wir da hoch? Ne, wahrscheinlich nicht. Ne, da kommen wir nicht hoch. Trotzdem können wir vielleicht von hier aus angreifen. Sind dann direkt näher dran. Unterwegs, Genosse. Feinde, ja, schlägt ihn, die mussten nicht gerückt. Bleibt angehört sich schädigt, gleich die Affenmenschen zur Unterschützung. Unterwegs, Genosse. Feuer und Tür auf die Krossenachter. Ja, genau. Ja, genau. Ich schieb's noch. Ja, genau. Ich schieb's noch. Ich schieb's noch. Ich schieb's noch. Ich schieb's. Gleich ist der Tod. Oh, je, oh, je. Wir haben jemanden verloren. Ich bin noch nicht auf den Weg. Ich bin da. Noch ist er nicht verloren. Im Moment ist er noch kritisch... Ah, ne, der ist verloren. Und die ist auch verloren. Hochs wahrscheinlich. Um Gottes Willen. Aber das war, glaube ich, nicht zu vermeiden. Wie man sieht, haben die Amis schon die Affenmenschen quasi für ihre Zwecke ausgebildet. Wir werden jetzt einen zweiten Anlauf starten und hoffen, dass niemand mehr stirbt. Ich werde hier getötet werden. Gleich ist er tot. Okay. Geschafft. Nur mit zwei Verlusten. Hier ist der Kommandant. Mache mich auf den Weg. Gerne doch. Feind gesichtet. Oh je, den kriegen wir nicht mehr. Schade. Bin unterwegs. Es ist gut, dass wir die Frau erwischt haben. Aber wir hätten ihren Kommandanten nicht verlieren dürfen. Naja, schade. Das war sogar eine sehr gute Soldatin. Ja, bereit. Ja. Aber zum Glück haben wir ja noch ein paar mehr. Dann machen wir das Hauptgebäude auch kaputt. Ich glaube, ich werde mal die Soundeffekte ein bisschen runterdrehen. Die Sprache vielleicht ein bisschen hoch. Okay. Meine soldatischen Fähigkeiten haben sich erhöht. Okay. Wie man hier sieht, hat sich jetzt sein Soldatenberuf erhöht. Das ist schon mal sehr gut. Sie hatten recht, Genosse. Wir haben es geschafft. Wir haben unsere Schuld beglichen. Jetzt können wir erhobenen Hauptes zurückkehren. Weiß jemand von Ihnen, wie wir zum Stützpunkt Lenin kommen? Lenin ist der Hauptstützpunkt südlich von hier. Aber Kirov ist viel näher, im Osten. Ich kann uns dorthin bringen. Dann lassen Sie uns gehen. Okay, jetzt haben wir natürlich keinen von den Extra-Zielen erledigt. Trotzdem haben wir es gepackt. Wir machen das Gebäude nochmal komplett kaputt für die Erfahrungspunkte. Lauf zum Mama. Und dann gehen wir hier runter und evakuieren. Tja, das war dann auch schon die erste Mission von Original War. Leider haben wir direkt zwei Leute verloren. Kein Problem. Oh ja. Das ist Kirilenkova. Rufzeichen Schneehuhn 4. Kann mich jemand hören? Wo sind Sie? Das ist eine Sanitäterin aus unserem Zug. Wir hören Sie. Geben Sie uns Ihre Position durch. Wir sind ein See und ein Wasserfall. Und große Affen. Sie werden zunehmend aggressiv. Ich fürchte, Sie werden mich bald angreifen. Ich weiß, wo das sein könnte. Ich hatte das gleiche Problem mit den Affen. Bleiben Sie dran, Kirilenkova. Wir kommen zu Ihnen. Suchen Sie sich eine Stelle, an der Sie sich verteidigen können. Oh je. Na, wir wissen ja schon, wo das ist. Da waren wir ganz am Anfang. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Denn eine Sanitäterung können wir echt gut gebrauchen. Das sind auch schon die Affen. Ja, Genosse. Sicher, Genosse. Mache mich auf den Weg. Machen wir Sie fertig, aggressive Bastarde. Hey, ich sollte lieber vorsichtig sein. Dieser Affenmensch hatte unser Funkgerät. Das war mein Funkgerät. Es ist völlig kaputt. Mache mich auf den Weg. Gehen wir. Wo ist unsere Sanitäterin? Ja, Genosse. Unglaublich. Allein schon das war die Reise wert. Ja, Genosse. Gibt es hier noch einen anderen Wasserfall? In Ordnung, Genosse. Los geht's. Ach, vielleicht hier in den Wäldern oben. Da ist sie. Genau, perfekt. Ja, Genosse. Ja, ich bin da. Ist natürlich der Soldat schlechthin. Mit Kriegserfahrung. Unterwegs, Genosse. Naja, das kann sie auch im Stützpunkt wieder hinbiegen. Gehen wir. Wird erledigt, Genosse. Bin unterwegs. So, das war's dann aber, glaube ich, mit der ersten Episode. Und der ersten Mission von Original War. Äh, ich bin gehypt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Selbstverständlich, Genosse. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt. Falls der Sound oder so nicht in Ordnung ist. Dann schreibt's auch einfach in die Kommentare. Und ich werde's verbessern. Zu versuchen. Meine wissenschaftlichen Kenntnisse haben sich verbessert. Perfekt. Ja, gehen wir. Diese Straße führt zum Stützpunkt Kirov. Ich freue mich schon auf ein Glas Wodka. Vielleicht sogar eine Flasche. Leider nur ein Stern und keine Zusatzsterne, weil wir Leute entkommen haben lassen. Und einige Leute verloren haben. Aber wir haben wenigstens nicht geladen. Also, naja. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.